In der Alpenrepublik Österreich gilt eigentlich seit Anfang Februar die Corona-Impfpflicht. Alle, die sich weigern, mussten mit hohen Geldstrafen rechnen. Doch nun wird die Impfpflicht vorerst ausgesetzt. Denn angesichts der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante sei die Impfpflicht nicht verhältnismäßig, sagte Verfassungsministerin Karoline Etz-Stadler am Mittwoch in Wien. Nach Beratungen auch mit dem Gesundheitsminister sind wir jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir selbstverständlich dem folgen, was die Kommission vorschlägt. Und hier auch entsprechend der Verhältnismäßigkeit die Impfpflicht aussetzen. Der Grundrechtseingriff sei momentan nicht gerechtfertigt. Mit dem Beschluss zur vorläufigen Aussetzung der Impfpflicht folgte die Regierung der Empfehlung einer Expertenkommission. Mitte Juni solle erneut über die Impfpflicht entschieden werden. Österreich hatte als erstes EU-Land eine allgemeine Corona-Impfpflicht beschlossen. Sie sollte eigentlich ab dem 15. März scharf gestellt werden. Ungeimpften sollten Strafen drohen. Deutliche Fortschritte bei der Corona-Impfkampagne gab es seitdem aber nicht. Gegen die Impfpflicht hatten in den vergangenen Monaten regelmäßig zehntausende Menschen demonstriert und das nicht nur in der Hauptstadt. Zuletzt waren die Rufe nach einer Überprüfung der allgemeinen Impfpflicht in Österreich immer lauter geworden, zumal das Land in den vergangenen Wochen schrittweise einen Großteil seiner Corona-Restriktionen strich. Auch in Deutschland wird bereits seit längerem über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Die Abstimmung im Bundestag soll Anfang April stattfinden.